Rufft die Schweine und brecht euch die Daumen. Willkommen zu einer neuen Folge 500 Jumps to Rage. Moin. Ach, was geht denn bei euch? Wie komme ich denn hier hoch mit dieser komischen Doppelleiter? Hallo. Da war ich noch nicht, musst du Manuel fragen. Ihr seid einfach nicht so die Bossplayer wie ich, ich hab das nämlich schon mal geschafft. Oh, fick dich und halt die Fresse und geh kacken. Oh, komm doch, ist das dein Ernst? Oh, ich bin so nah. Ach, 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 ach. Nein, 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 nein. Aber Malte, oh, scheiße, ich will rückwärts einfach von der Plattform gelaufen. Wo ist denn der blaue Willi hin? Ja, ja, der blaue, ich weiß gar nicht, wo ich will. Ach, hier bin ich. Du kommst nicht weiter, wird das nämlich Karma, wenn du da runterfällst. Oh, mir alles dreht sich in meinem Kopf gerade, Alter. Du musst das ja mal mit der Oculus Rift machen. Das ist nämlich der Grund, warum Manuel überhaupt so dizzy ist. Ich spüre halt gerade alles mit Oculus Rift. Ja, genau. So, wenn mich jetzt hier einer runterboxen, ne? Ich schwöre es dir, Kilian, ich po- Wir haben aber vergessen zu springen. Wir haben auch den Freiton weg. Hast du ihn geboxt? Nein, nein. Ich bin so paranoid bei euch, Ficklord. Die Boss-Aura hat ihn abgeschreckt. Was für eine Boss-Aura, kannst du ehrlich sagen? Die überträgt sich. Stimmt, die überträgt sich. Das war eben erst resistent dagegen, glaube ich. Ich brauche das gar nicht, Alter. Was ist denn los mit dir? Ey, Kollege, geil! Ey, jo, ey! 5. Dezember! Ey, 5. Dezember! Ey, 5. Dezember! Ey, was ist denn Lieblingsläufer, Kollege? Ey, halt deine Schnauze, verpiss dich wieder. Sogar kein Bock mit dir zu reden. Oh ja, okay, ist gut, tschüss. Klatsch! Und dann auch unverfällig die Bierflasche fallen lassen. Ja! So ein Spaß hier. Oh, ist das ganz schön hier. Ich schaff nicht mal zu meinem zweiten Sprung. Malte, ich freue mich jedes Mal wieder, um dich nochmal runterzuhauen, aber du kommst ja gar nicht mehr in die Nähe. Pass auf, das ist so, ich gebe dir jetzt ein bisschen Vorsprung, damit du denkst, du bist cool, und dann komme ich von hinten in den Arsch. Und dann fick ich in den Arsch. Oh ja! Denn hier, hör man... Dann kann da tiefer... Alter, was ist das okay? He's in Drexmap, Alter! Ganz ehrlich! Was ist das denn? Was ist denn da falsch? Nein! Vielleicht muss ich dabei einfach ein bisschen singen. Lala... Ne, bringt nix, bringt nix. Ja, bestimmt. Lala, bringt nix. I'll catch a grenade, Feuer. Yeah! ALTER! Ne, blöde, blöde, blöde. Warte. Hey, Schlampe, sing das mal eben. Okay. Boah! Boah! Du bist aber ganz schön gemein. Wieso? Das ist ja... Du kannst doch nicht irgendwelche Leute als Schlampe bezeichnen. Bist nicht! Das ist doch scheiße! Hey, Manuel, du bist ne Schlampe, Alter! Typickel! Kann das schon, Alter. Sie fragen, ob das gerechtfertigt ist, aber doch, ja, ein bisschen. Boah, ich zerbreche gleich meine Maus, Alter, ne? Andi, ist unproduktiv. Meine Maus hat so'n Metall untergestellt, das kann ich zerbrechen. Nein! Boah, ich hab irgendwie voll das Verlangen, meine Maus mir gerade in den Arsch zu stecken. Das nennt man schwul, Alter. Ja, aber ich hoffe wirklich, dass die Kabel hat und nicht Wireless war, sonst... Ich kann mich mit den weiten Geläufen deines Arsches... Kannste wieder rausziehen. Du nutzt die Maus erstmal als Analplug, Alter. Boah! Dann hängt mir so'n USB-Kabel hinten raus. Das ist mein Ladekabel. Dann steuer ich mit meinem Arsch einfach... ...und komm ich hoch oder so. Miene-Craft. Fuck, mein Mann. Boah, mein Kopf. Ey, du kleiner Hurensohn, ne? Kian, du dreckiger Kot-Fetischist, ne? Das Schöne ist, egal wen Manuel beladet, du weißt, dass ich es momentan eigentlich nicht sein kann. Ich bin so weit hinten. Das ist so traurig. Nein! Oh Gott! Nein! So, jetzt konzentriere ich schon. Will mich nicht irgendjemand da lösen? Wie denn? Tut mir meine Daten, du loggst dich ein und du spielst 10 für mich, okay? Neee. Doch, und dann stelle ich seine Login-Daten irgendwo online rein. Hier. Könnt ihr euch ein bisschen als Kalibur ausgeben. Das wär lustig. Lustig. Aber vorher noch Passwort ändern. Leider nicht. Das wär ja gemein. Oh, ich hab gar keine Lust. Andi, was soll das denn? Das macht doch keinen Sinn. Andi, verpiss dich. Mhm. Oh, das ist doch nicht dein Lachs. Ich trau mich nicht weiter zu springen. Ja, dann boxt aber keine anderen Menschen. Nein, komm. Lach nicht. Wie einfach abgeschmiert ist. Du sollst nicht lachen. Nein! Stopp. Nein! Abgeschmiert. Oh, es dreht sich einfach alles in meinem Kopf. Ach so, sitzt du gerade auf dem Drehstuhl? Ach so, ja klar. Ja, genau. Ich glaub ich muss dir einen Konter Hagebuttentee gleich machen. Ja, aber man darf doch nicht zu hart von runter kommen. Muss es so gemäßigt machen. So nach und nach. Komm, Alte, komm zu Papi, komm. Weißt du, Kilian, dieses Brötchen habe ich heute dann um 17 Uhr so gegessen. Es war einfach steinhart und eklig. Und diese Gurke da drauf war einfach so richtig ranzig, Alter. Das Brötchen sah so geil aus, aber ich konnte es einfach nicht essen. Mann, das ist krass. Oh, ich muss gerade kotzen. Ach, das kommt nicht. Du bist so eine Drecklich. Ich geb mir jetzt den Scheiß. Game-O, du mach den Sprung nochmal. Das ist gerade einfach so. Ich muss kotzen. Kiel die ganze Zeit. Ah, das kann gar nicht sein, dass man am Morgen danach kotzen muss. Du kleiner Bastard, Alter. Hey, ich wollte dich doch nur rüberhauen. Du kannst doch gar nicht runterfallen. Du kannst doch gar nicht runterfallen, du Sack. Boah, jetzt, jetzt, jetzt. Ich mach den so oft hier, bis ich den schaffe. Das ist nicht dein Ernst. Andi, ja. Nicht dein Ernst, ne? Ah! Na endlich, Alter. Das wär hier wieder schön zu sechs. Ein bisschen cheaten, Alter. Ah, okay. Und jetzt? Dafür bist du erstmal sterben gegangen. Alter, ich seh dich. Ja eben. YOLO! Boah! YOLO! Alter! Jetzt gehts nämlich los. Los, Leute, weiter. Schöne Wänden, Marsch. Wir schaffen das jetzt. Ist halt echt so Teamarbeit und so, ne? Seid ihr bereit. Teamarbeit. Teamarbeit. Wie schaffst du das da rumdäumen? Ja. Entspannen, Andi. Der Boss braucht praktisch. Boah, ich glaub ich krieg gleich eine Sehen-Challenge-Zinnung bei dieser... Alter, Kilian, ganz ehrlich, ne? Ich hab... Wenn ich das nächste Mal sehe, bist du aber der mit der blutenden Nase, Alter? Und nicht, weil ich dich umarmen wollte. Was? Oh Gott! Nein! Ich geh wieder zurück, Alter. Ich hab mich einfach rückwärts runterlaufen. So! Moment! Scheiß Pogtrip Media muss erstmal runter. Ey! 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 Geh doch jetzt da runter, komm! Mach doch keine Sperenz hier. Was ist denn los mit dir? Was ist denn? Was ist denn los mit dir? Wieso schaffe ich nicht mal den Sprung? Vielleicht liegt's einfach nur daran, dass du schlecht bist. Ja, das glaub ich mittlerweile auch. Ziemlich klasse. Nein! Ich bin grad nicht schlecht, scheiß. Ach komm! Ist das dein Ernst? Nein! Wessen? Kriegt man den hin? Ja, so eigentlich schon! Oh! Äh! Bam! Bam! Es regnet! Das ist nicht cool! Danke! Das finde ich gar nicht cool, Alter. Ganz ehrlich! Nein! Ey! Wie viele Jumps sind wir? 200? Zu viele! Nein! 500 Jumps to suck a Cock, ey! Äh! Irgendwas zwischen 150 und 200! Boah, wir können einfach... Ach! Wenn wir diesen Map fertig haben, wartet ein Riesenschwanz auf uns, den wir Sacken werfen! Das ist einfach die Kilian-Version von der Map! Du kleine Schwuchtel, Alter! Ich heiße nicht Rotpilz! Boah, der ist echt schwul! Der ist echt schwul! Der ist echt schwul! Okay, Alter! Der, also ohne Spaß, wenn Rebi schwul ist, weiß ich nicht, was Rotpilz ist. Warum? Du bist auf jeden Fall noch ne Stufe höher! Boah! Das ist wirklich... Der ist schwul mit Vor- und Nachnamen! Nee, der... Der ist einfach schwul schwul! Ohne Sprache! Doubles schwul! Mr. Gay! Wieso bist du da jetzt wieder runtergefallen? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Warum bin ich da jetzt wieder runtergefallen? Weil du Bock drauf hattest! Ja, ich find das geil, Alter! Wieder hinter dir zu sein, weil ich gerne auf deinen Arsch gucke! Ich weiß! Nein! Mit dem sexy Cape und so! Ja! Wir sind wieder noch zu fünft! Wir waren niemals zu sechst! Ja, weil... Wir sind noch zu viert! Wir sind noch zu viert! Der Jens ist nicht da! Der Jens! Nein! Nein, Gerd! Nein, Manuel! Ich bin ja Gerd! Wer bist du jetzt? Ich fang nicht mehr hinterher! Ich dachte, du bist Kilian! Nein! Ich hab nicht mehr Arsch! Ich hab nicht mehr Arsch! Aber du hast mich doch gestern... Du bist doch extra über die Straße gegangen! Ja, geholt! Hä? Keiner traut sich! Nein! Oh mein Gott, Alter! Wie lange sind wir denn hier schon wieder dran, Alter? Ich hab gar keine Lust mehr! Ja! Zu lange! Sind wir 250 Euro, Manuel! Kannst du nur bei ihm springen lassen, oder? Oh, du kleiner, dreckiger Bastard, Alter! So oft, ne? Oh Gott! Vor allem, jedes Mal hängt man irgendwie an so einer Stelle und man wird auch einfach nicht besser! Was ist das? Wie geht dieser doppelte Leitersprung? Hauptsache, wir machen uns ineinander! Wie geht der doppelte Leitersprung, Alter? Ja nicht! Der hat vielleicht noch nie geschafft! Wie geht der? Ach, man muss hier um die Ecke! Sicher, bist du behindert? Ja, man muss hier um die Ecke! Ja! Ja, ist da hinten schon mal einer um die Ecke gekommen? Ja! Nein! Ich bin immer noch an diesen Leitern hängen geblieben! Also an dieser doppelten da! Ne, dann wissen wir, was wir am Anfang der nächsten Folge gemacht haben! Ähm! Ähm! Ja! Diesen Teil übersprungen! Hä, du hast grad irgendwie erst Futur und dann Untergangenheit gesprochen! Ja, das ist Futur 2! Nein! Doch! Futur 2 wäre, was wir... Ne, warte! Boah! Boah! Alter, wisst ihr was? Gib mal kacken! Wieso? Lass mal lieber Erich Kästner jetzt dazu holen! Boah! Boah! Was war das für ein Punch, Alter! So! Punchlines gesplittet! Das war einfach Doktor Eisenfaust! Ohne Witz! Erich Kästner hätte das geregelt! Doktor Eisenfaust, Alter! Doktor Eisenfaust ins Gesicht! Komm! Ich krieg noch doppelt so viele! Oh nein! Wieso bin ich da wieder runtergefallen? Boah! Ich fall auch runter! Das ist scheiße! Findert! Es sollte hier wie bei Bowling-Bahn so ne Kinder-Vision von denen zu Banden! Mit Banden! Mit so Slime-Blocks aufm Boden! Ne? Als man gesagt hat und so! Nein! Nicht aufm Boden! Einfach so ist man gar nicht runtergefallen! Manuel! Ne! Tu es nicht! Warum hast du es gemacht? Hä? Ficklords nimmt auf! Du Missgeburt! Ne, wenn du auch noch aufgenommen hast! Du Bastard, Alter! Ich hoffe du stirbst, Alter! Was hast du gemacht, Andi? Nichts! Ich hasse ich! Ich hab noch gesagt! Bitte mach es nicht! Ich dachte du meinst Manuel! Nein! Ich hab mich doch umgedreht und dir noch mit meinen schädigen Schweinen auf dem Space geguckt, Alter! An welcher Stelle wart ihr denn? Zweiter Sprung! Nur beim zweiten Sprung! Aber ich krieg dir nicht hin, Alter! Ich weiß nicht was das ist! Soll ich dich mal rüberboxen? Ja, mach mal bitte! Warte! So, jetzt! Jetzt bin ich wieder bis zur hinterlistigen Ecke! Nein! Das ist doch scheiße! Oh! Die ist scheiße, ne? Diese Eckenleitersprung! Die sind einfach unmöglich! Ich schaffe alles bis auf die Eckenleitersprung! Oh Gott! Da hängt mich nicht mehr auf schon! Sag, Double Kale! Malte! Willst du wirklich runterfliegen? Die scheißegal, Alter! Ey, warum kommt eigentlich nie die Meldung Doom2Fall bei? Sondern immer... Ja, der ist halt mich auch schon gewundert! Wegen 1,7! Das ist irgendwie anders seitdem! Und Spaß! Ja, oder aber... Da muss es vielleicht ein bisschen mehr als nur einmal ein bisschen geboxt worden sein! Ne! Das ist seit 1,7 so! Ich schwör dir da! Bei 1,7! Der liest sich nämlich immer die Patch-Notes durch! Ist so! Hier! Und dafür kriegst du erstmal einen Pappensteiger! Hauptsache, ihr beide fallt runter! Hey, ich hab Manuel einen auf die Schnauze gehauen und er mir! Also, dass wir dann... Ey, wer hat mich dann geboxt? Bam! Ich! Nein! Nein! Der heißt gar nicht KiwiKi und der heißt Kacka Kilian, Alter! Na ja! Sag mal, es kommt mir vor, als würden wir schon 100 Jahre hier wieder hängen! Ja! Ja! Du hast es geschafft! Hat einer einen Timer eigentlich? Nein! Ich hab auch keinen Timer! Ey, ich bin mir über die Ecke! Mach das jetzt! Mach das! Ich mach das Ding rein! Hau das Ding jetzt tief rein! Los, hau ihn ganz tief! Nein! War runtergefallen! Okay, ich bin dafür, dass Kilian jetzt erstmal ein Gedicht aufsagt! Ja! Ich hab hier eine Gedichtesammlung auf meinem Tisch liegen! Soll ich was spitten? Ja! Okay, komm! Spitte was! Okay! Ähm! Ich schlag eine random Seite aus! Es sind eigentlich gar keine Gedichte, sondern diese Sprüche! Von Heinrich Martin! Wer Freunden in Not hülfreich Wohltaten spendet, der sei stets gefasst, dass die Freundschaft bald endet! Haha! Okay! Das passt! Also das heißt? Verpiss dich! Was hier so auf uns zutrifft! Bist du ein Sklave, so kannst du kein Freund sein! Bist du ein Tyrann, so kannst du nicht Freunde haben! Das ist ja süß, Alter! Also das ist schon ein bisschen zu heftig! Boah! Ich muss gleich kotzen! Ich muss gleich kotzen! Ich muss gleich kotzen! Alter! Zu viel Alkohol! Oh! 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 Töch einmal am Montag... Nein.. Hey nein! Doch, 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 doch! Und alles wirkt! Ja, dann macht ihr es ja? Ist doch gut... Der macht krass nicht! Tütt mir leid! Vielleicht kommt sie nicht am Montag. Vielleicht kommt sie auch gar nicht, weil wir keine Lust mehr haben.. Weil einer 250 Tacken auf den Tisch geballert hat! Aber das wird glaube ich nicht passieren. G �ot! Also müsste weiter leiden! Deswegen Andi beendet einfach mal die Folge! Genau, also gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.